Was hab ich nicht gesehen? Ich darf nicht so close range Raketenwerfer machen. Er hat mich! Kamer Auto, Körmer! Er hat Selbstwiederbelebung! Find ich ihn, find ich ihn schnell! Find ich ihn doch schnell! Renn doch hin! Jetzt hat er sich wiedergelebt! Hab ihn! Hey, der hat schon wieder... Warum hat er zwei? Hat er nicht. Kann man... Hä? Ich hab ihn gedowned und jetzt war der wieder gedowned. Ja, weil der ausblutet. Ist er was zweimal gegangen? Ja, man stirbt nicht instant, wenn man das zweite Mal stirbt. Hä? Clusterschlag. Hier liegt ne Drohne von mir. Nimm ruhig. Ich brauch Wens. Was hast du denn? Ich hab den Clusterschlag mitgenommen. Digga, das Einsatzschild. Der kleine Bastard. Hast du noch ne Gasmasker? Egal, Raketenwerfer so gut. Ich brauch unbedingt Emu. Ich hab nur einen Schuss Raketenwerfer. Hast du? Ja, drei Schuss. Wie viele Westen hast du? Was? Zwei. Ja, dann komm ich noch zum Shop. Ja, okay. Lauf. Ah, eine warte da rechts. Hast du eine Drohne rausgehauen? Ja, ich kann, ich hab, ich kann nicht, oder kann ich zwei mitnehmen? Geht sowas? Ich hab ihn noch, hab ihn finished, er ist tot. Gut. Wir unten sind noch Panzerplatten. Zwei. Am Shop. Achso. Hol dich, hol dich dann eine Selbstliederbelebung. Stimmt, ja. Alter, wie ich ihn einfach genommen hab, der Arm. Ich geh hier ins Haus. Hier. Mein Leben. Wie jetzt? Wirst du abgeschossen? Ja, siehst du mein Leben? Nein, hier drin lag ein scheiß Clermore. Digga. Alter. Alter. Ich müsste mir eigentlich schon wieder welche kaufen. Mhm. Aber die Zone moved, scheiß drauf. Ah, wie ich den eingesniped hab, der tut mir ein bisschen leid. Jaaaa. Hier ist noch ne Westen. Digga, wie ich die Zweifach geholt hab, ich schwöre. Ich warte bis ich ums Eckraube und zack, Raketen werden beide tot. Psch. Scannen ein bisschen. Hä? Ja, für Scannen kann man auch reden. Man sieht ja, wenn Punkte. Oh mein Gott. Als ob das einer liegen lassen hat. Was? Was denn? So ne selbstaufstellbare Dings. Also die können auf jeden Fall nicht hinter uns kommen. Die können noch von hier unten kommen. Wollen wir mich dann in den Haus? Ich will gern in nächstes Haus. Ja, okay. Drohne über uns. Oh nein, Drohne. Digga, als ob jetzt einer ne Drohne raushaut. Safe rechts in dem großen Haus ist einer. Safe. Siehst du dich nix? Warum hier ins Kleine oder eins weiter? Ja, Kleine. Erstmal. Ja, hier ist, ja. Tür ist zu. Ach, das Fenster. Ne, ich will ja weg. Hier sind zwei Fenster, die nicht so geil sind. Große Haus wär eigentlich ne gute Option. Wenn jetzt... Ja, komm. Digga. Hier ist aber safe. Pass auf mich, dass die denselben... Wie ich. Ja, ja. Oben safe. Ich bleib hier in dem Ding. Ich scann mal, ich scann mal. Es ist hier keiner. Wir können... Vielleicht haben die Geist. Ich riskiere bitte nix. Wenn die dasselbe machen wie wir. Die sind zu dritt. Wenn die einen Raketenwerfer haben. Und dann eine Clamour. Ich würds lieber riskieren. Da haben wir Highgrund. Ja. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Ja, ich bin auch... Gut. Jetzt springen wir uns runter. An der Leiter. Ja, safe. Als Obvigal. Ich hör Schritte. Ich brauch welche gehört. Aber ich seh keinen. Ich auch nicht. Doch, die haben Geist. Unten. Ja, die haben Geist. Ich seh keinen. Lass sie hochkommen. Ich hol Raketenwerfer. Lass sie einfach ums Eck dann kommen. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone. Ich geh mal kurz aufs Dach. Moved das sofort? Das moved sofort, oder? Nein. Das moved noch nicht. Ich guck aber, dass ich noch welche gesniped bekomme. Ja, ja, mach. Ich seh welche da unten. Alter, wie unter uns? Ich hab ihn. Er ist reingegangen. Pass auf, er kommt gleich. Ich hab ihn gesehen, er geht die Treppen hoch. Er ist runter, er kommt gleich hoch. Er ist ins Haus reingerannt. Ich geh runter. Hier aufs Dach. Der kommt gleich selbst über uns. Da irgendwo raus. Muss er ja. Er hat ein Fenster eingeschlagen. Ich glaub der ist wieder unten raus. Unten, ja. Er hat sich beschwert. Er hat gesagt, solche Hurensöhne. Really? Ja, war ein Deutscher. Ist das hier Zone, wo ich bin? Weiß ich nicht. Nimm Gasmaske mit, falls du noch brauchst. Habe ich. Ich hab keine Westen mehr, nur noch zwei. Hier rechts von uns. Ja, hier rechts ist noch einer. Es leben nur noch drei. Mach, mach, mach. Haut so ein Dings. Die haben alle Geist, aber rechts von uns ist einer. Da. Hab ihn. Hab ihn. Ein K.O. Der andere ist hier links, glaub ich. Ja. Links, links. Nockt. Finish. Geh finish, das ist der letzte. Wir haben's. Ach, der war hier. Wir haben's. Einfach ein Solo. Zu zweit. Also, war's als Solo, aber du weißt, was ich meine. Nein. Das hab ich so schön gemacht. Nein, das hab ich so schön gemacht. Diese Boster sind. Solche Huse. Deiner ist Dr. Covid. Alter. Ja. Gigi. Geile Runde. Ich muss pissen. Ja, guck mal. War das die erste Runde Warzone? Ja. Ne, oder? Doch. Erste Runde Warzone direkt. Lasst gleich Steps durchgucken, nicht skippen. Der Boster. Digga. Digga die Nase, alter. Einer ist Schwammkopf ohne A. Ja. Ich guck nochmal nach wie der hieß den ich grad gekillt hab. Platz 1. Ich will wissen wie der hieß den ich grad gekillt hab. Ja. Immer so geil, Digga. Ich hab die Stelle Instant gefunden. Warte noch bevor du gleich skippst. Ich will Screenshoten. Wegen ersten Platz und so. Woah, alter. Zehn Kills. Ja, Mann. Wir haben nur vier Aufträge gemacht. Ja, zweimal Kopfkill und zweimal Luke, glaub ich. Ja, lass raus. Er fragt einfach so in Huren so. Oh, zu gut. Wir sind so gut. Auf jeden Fall. Aber guck mal wie es jetzt auf einmal läuft. Zweifel ist irgendwie echt besser.